In diesem Spiel sind einfach nur Deck-Tool. Ja, 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 ja! sowas mache ich ja überhaupt nicht hier ist alles voll ich weiß jetzt warum es jetzt zumindest weiß jetzt warum es hieß nichts hören wie zur Hölle soll man auch was hören wenn die ganze Zeit nur mal nur Explosionen kommen ja und 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 You know locking me in may not have been your best plan Was one yet I get this kick I win my darling I'm not going to die I'm not going to die Oh, jetzt habe ich Zeit, nicht um mich hier aufgenommen. Oh, jetzt bin ich hier. Wo ist Billy? Geh mal, guys. Das ist es nicht so, wie ich bin. Mein Gott, ich habe auch gott, dass ich mich bin. Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Oh man, das muss doch bestimmt wehtun. Jetzt noch welche hier. Eigentlich wie das hier bringt, auf jeden Fall. Ach ja, natürlich doch. Eine hübsche Knoppe kommt. Nicht alle Spirits in den Katakomben sind glücklich mit der Presence von Outsiders. Und lass mich haben, wenn ich in den Schaden ziehe. In den Schaden ziehe ich. Oh, hey! Wo bist du? Eine bessere Sicht von dem, was zu kommen ist. Bleibe auf deine Kurs. Nicht panisch. Oh, wir haben einen Besitzer. Ja, show your love for me and free its souls. And cut! Move it up! Yeah, baby! Maybe we could pick up the pace? Mmm, you are hungry. As am I. Follow. We have arrived. The spirit belonged to a mutant who could control the fires of hell if he chose. Proceed carefully, my love. You will be tested. Oh, I forgot. I forgot to go there. Oh, we love side-scrollers. Haha, this is old school right here. Nice play, Heimbo. Consider this level. Deadpool approved! He's so cute. He's so cute. Aua! Aua! Shhh! Ja, man möchte ja wohl noch die Punta einsammeln. Ja du, wir sind doch schon wieder da. Äh, irgendwie löst ich. Ich glaub jetzt hat man sich endgültig weg. Moment, da muss ich ja hin. Wir wollen aber ja noch die Punta einsammeln. Und, oh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, so gut. Hey, hey, das ist Kent. Hey, buddy. Sorry for breaking your scripting earlier. No hard feeling, right? Hey, hey, hey. Oh, Kegs. Thanks, pal. He, he, he. Worscheht einer diese Ironie? Geh raus! Hast du noch einen? Was für ein Gym? Spirits? Natürlich! Es sind die Spirits, die mit den Mutant-Korpsen sind. Es gibt keine Wunderschöne Klone, die sich übernommenen. Es funktioniert. Du solltest sehen, dass die Gesichter auf deinem Gesicht sehen. Was ist das? 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 Ich bin super! Ich würde sagen, das hat jetzt noch ein bisschen mehr wirkt. 2 Spirits für mich. Wir sind gut, mein Lieber. Sohn. 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 Lock'n'lode, Wade. Es wird hier heiß sein. Und Tür Nummer 2! Und Tür Nummer 2!